Niederbayernschau. Das Nützliche im Schaufenster. 80% der Dinge, die man im Schaufenster sieht, sind unnötig oder für den Menschen sogar schädlich, soll einst Josef Beuys verkündet haben. Offensichtlich ist der gute Künstler und Philosoph nicht über die Niederschreierbau und Landshaut gegangen. Zugegeben, nicht alles, was dort präsentiert wird, kommt einem wirklich nötig vor. In der Hinsicht, dass man notleiden müsste, wenn man es nicht hätte. Aber so eine Sprudelbadewanne oder gleich ein ganzer Pool, möglichen integrierten Wasserfall, wäre doch eine ganz nette Annehmlichkeit.